und danach wird alles dunkel um mich und sie stöhnt und umarmt mich und dann schrecke ich auf einmal zusammen und bin wach das träum ich seit wochen jede nacht und alles wiederholt sich immer und dabei hatte ich diese frau noch nie gesehen und auch die orte nicht wo sich das abspielt es sind jedes mal dieselben orte ich sehe sie deutlich als wäre ich schon oft da gewesen und jedes mal jedes mal packt mich die angst aber es ist merkwürdig gleichzeitig erregt dieser traum mich auch ich bin mehr als einmal schon dabei zum orgasmus gekommen aber gestern da bin ich zusammen mit oma in einem nachtclub gewesen da ist diese frau aufgetreten ich kann ihnen nicht sagen wie fassungslos ich war als ich sie sah sie war es es gab keinen zweifel mehr für mich es war die frau die immer in diesen träumen auftaucht meine liebe linda glauben sie nicht dass ihr problem neu für mich ist es gibt heute viele frauen die sexuell unbefriedigt sind ich werde ihnen das beste mittel verraten dass es dagegen gibt suchen sie sich einen liebhaber einen besseren liebhaber